Lebe in der Wonne Kommentar zum 395. Vers von Viveka Chudamani Shankara schreibt Was gibt es da viel zu sagen? Das Individuum, die scheinbar begrenzte Seele, ist selbst Brahman das Absolute. Das Universum in seiner ganzen Weite ist nichts anderes als Brahman das Absolute. Die Veden sagen, dass Brahman nicht dual ist. Es ist unstrittig, dass diejenigen, die erleuchtet sind, ihre Einheit mit Brahman verwirklicht haben. Und diejenigen, die ihre Verbindung mit der äußeren Welt aufgegeben haben, leben stets in Einheit mit Brahman, in ewigem Wissen und in der Wonne. Dieser Vers wiederholt vieles der vorigen Vers, aber vor allen Dingen sagt er dort, die Selbstverwirklichten leben in Wissen und Wonne. Und vielleicht kannst du das für heute als besondere Anregung nehmen. Lebe in der Wonne. In der Tiefe deiner Seele ist Wonne. Äußere Dinge mögen da sein. Dein Körper mag Schmerzen erzeugen. Andere mögen nicht freundlich zu dir sein. Vieles mag dir gelingen oder nicht gelingen. Aber merke immer wieder, in der Tiefe deiner Seele bist du Freude. Diese Freude kann dir niemand nehmen. Und selbst wenn du vorübergehend keinen Zugang hast zu dieser inneren Freude, du bist dennoch diese Freude. Und du kannst dir das auch öfters bewusst machen. Egal, was an der Oberfläche meines Geistes geschieht, in der Tiefe meines Wesens bin ich Freude. Und was auch immer äußerlich geschieht, in der Tiefe meines Wesens, Anandoham, ich bin Freude. Diese Freude kann ich spüren. Spüre sie jetzt. Geh tief in dein Wesen. Erfahre dich selbst als Ananda, als Freude, als Chidananda, Freude des Bewusstseins, Sat-Chidananda, Freude des bewussten Seins. Spüre das, erfahre das, lebe das, besonders heute.